Gabionen sind die leichte zu installierende Alternative zu herkömmlichen Zaunsystemen. Sie sind äußerst vielseitig. Als Sicht-, Wind- und Lärmschutz, als Trennwand oder Wandverkleidung. Die Einsatzmöglichkeiten sind fast unbegrenzt. Die Montage der Gabionen ist für jedermann problemlos möglich. Die Einstabmatten werden einfach in das dafür vorgesehene Raster eingehängt. Die Abstandshalter geben der Gabione Stabilität und werden in regelmäßigen Abständen verteilt und ebenfalls jetzt eingehängt. Nach Vorbereitung der Löcher die Seitenelemente aufstellen. Abstandshalter einsetzen und diese Einheit am gewünschten Standort aufstellen, ausrichten und einbetonieren. Nach dem Aushärten des Betons werden Steine oder Naturfasern und Erdreich eingefüllt. Fertig! Gabionen können bepflanzt werden und passen sich so optisch perfekt an ihr Umfeld an. So lassen sich zum Beispiel Hochbeete oder Blumenkästen anlegen. Bauhaus, wenn's gut werden muss.